Mein Grundnahrungsmittel ist orange, also ist es auch die Partei, die ich wähle. Denn diese Partei sichert mein Grundnahrungsmittel mit Grundeinkommen. Ich will euch mal, was euer Problem ist. Smartphones raus, Klassenarbeit, Essen. Das mit der Basisdemokratie und der Schwarmintelligenz war ja eine ganz drollige Idee. Hat nur einen winzigen Haken. Der Schwarm ist nicht intelligent. Na, Hauptsache intelligenter als du. Ja, den ganzen Tag bei U-Porn einen Rubein. Denkt euch doch wenigstens mal ein Thema aus. Irgendein Thema. Außer Transparenz. Ja, klar, dass so einem Egoisten wie dir die Transparenz nicht schmeckt. Die ganzen geilen Themen, die ihr hier lesen könnt, die werden wir eins zu eins umsetzen, wenn wir dieses Jahr wieder ins Parlament einziehen. Und um das richtig bewerben zu können in diesem Berliner Wahlkampf, die brauchen wir spenden, brauchen wir eure Unterstützung. Und brauchen wir euch als Piratinnen und Piraten mit auf der Straße kommunizieren, dass wir längst keine Ein-Themen-Partei mehr sind, sondern die Partei sind, die überhaupt die Themen thematisiert, die richtig wichtig sind, nämlich Menschlichkeit und Teilhabe. Vielen Dank.